Hallöchen Leute, wir spielen noch Slay the Spire. Wir spielen nochmal mit dem Eisernen. Ja, und für hier. Geh nicht hier lang. Wir gehen hier lang. Hi, Crane. Hi, Crane, Mensch. Kaka. Schaden ist okay. Und, äh, mal gucken, wie es diesmal läuft. Ja, erster Gegner. Auf jeden Fall nicht. Allzu schwer. Direkt der Nächste. Oh, ihr. Wir machen das und dann blocken wir zweimal. Ach. Den Trank würde ich nämlich gerne noch behalten. Wir können dich auf jeden Fall ausschalten und dich schon mal einigermaßen ansprechen. Stirb. Und... Nehmen wir den Bodyslam mit. Könnte hilfreich werden. Also, wir müssen auf jeden Fall einmal blocken. Und... Und... Ja. Sechs Schaden. Ja. Ja, ich mag dieses Spiel. Das ist... Ziemlich cool. Schlag. Und noch ein Schlag. Ha. Schwäche Trank. Und... Und... Nehmen wir das... Nehmen wir das Fragezeichen mit. Und... Nop. Okay. Äh... Blub. Wir könnten eigentlich mal das machen und dann, ja. Ja, und einfach dreimal zu. Schlag und Schlag. 2 mit 29 Leben. Ist das nicht schön. Verteidigen müssen wir auf jeden Fall einmal. Dann machen wir das. Yay. Dann machen wir das, das. Und dann, ja. Hört doch auf so nervig zu sein. Dann machen wir den Schlag. Dann machen wir das. Gegner sind nervig. Knopfschlag. Und weg. Machen wir das. Und nehmen wir das Gold mit. Yay. Liegt der Gegner. Und jetzt ist der. Ja. Okay. Und ein Kopfstoß und dann machen wir das. gut. Machen wir ihn mal kurz mehr Schaden. Oder er. Ja. Ah, ich hätte vielleicht den Block Tank trinken sollen. Ja, er greift ja nochmal an. Heißt, wir trinken ihn. Dann verletzen wir ihn nochmal und lassen uns attackieren. Machen wir das. Wieso nicht? Karten spielen. Macht Spaß. Oh. Gott. Ja. Puh. Zum Glück. Okay. Ah, okay. Nehmen wir das nochmal mit. Dann würde ich sagen, schmieden wir. Mh, danke. Nein. Das machen wir nicht. Die Zeugarten. Ja. Das machen wir doch. Das klingt doch gut. Äh, ich glaube Shop. Äh. Entflammen nehmen wir mit. Dann entfernen wir eine Schlagkarte. Und nehmen dafür einen Knopfschlag mit. Weil, wieso nicht? Was könnten wir denn noch schmieden? Ja, wir könnten natürlich das schmieden. Ja, machen wir auch. Zack. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Nehmen das Lagerfeuer mit. Hey, Gegner. Wuhu. Und Verteidigungsheimer. Das Spiel. Ist das nicht schön. Nehmen wir das so. War gut, das zu verbessern. Ähm. Stirb. Okay. Acht Schaden. Lalalala. Knopfschlag. Dann zwei normale Schläge. Und. Yes. Schicklichkeitstrank. Wir nehmen das mit. Was wäre. Hm. Ich glaube, ich würde das so machen, damit wir mehr ziehen können. Und dann werden wir mal ein paar GTA bekämpfen, ne? Hm. Gib mir mal das. Gib mir mal ein bisschen Block. Hörst du wohl auf mein Gold zu klauen. Ja. Ne. Ich lass den Schaden mal durchgehen. Ich lass den Schaden mal wegnehmen. Eventuell keine so gute Idee. Aber. Hm. Block Trank. Und. Nehmen wir das nun mal mit. Ooh. Ah. 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 das spalten sich 23 was soll ich groß sagen das spiel ich finde es echt super und eigentlich muss ich noch aufräumen aber ich drücke mich effektiv davor machen wir das machen wir das und dann ich glaube das wird nützlich sein dann würde ich sagen wir ruhen uns aus nehmen wir brutalität noch mit ich meine ich meine das müsste ein fieser gegner sein ja ja ich habe die feuer an und ja klingt jetzt sollte ich schaden wir haben einen block dann machen wir einen knaufschlag dann werden wir uns noch mehr block und machen ihn schaden machen wir das das sollte doch funktionieren ja ja es war ok so blocken oder ein waffe einsetzen ja machen wir das dann das und dann das der zündet wieder seine scheiß sachen an machen wir das dann machen wir das geben wir uns noch zu dem block bauen wir noch einen rein ja ja ich würde sagen vielleicht überleben wir diesmal ja die erste ebene ja gut ja puh 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 hm hm ich glaube wir nehmen Berserker macht mit äh Echsenschwanz äh zwei zusätzliche Karten aha nehmen wir das mit mehr Tränke ich hoffe ich verstehe es richtig ähm wir gehen auf jeden Fall hier lang da gibt es ein Feuer da gibt es alles was wir haben wollen ähm ähm machen wir das so yay du klaus uns Gold yay du klaus uns Gold entflammen und der Flammenwall Berserker hätte ich auch schon gerne gespielt aber zu wenig Energie eine Kopfstoß dann dann gibt es mir Berserker wieder hm ähm du willst also flüchten das äh finde ich nicht so toll aber hm ich kann nichts dagegen machen leider hm 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 ja das nehmen wir mit weil's direkt verbessert ist jäh yeah Gib mir in den Flammenball und mach das. Hey, gib mir mal den Blockdrank bitte. Dann will ich mir mal Karten ziehen. Kopfstoß, wir wollen Flammenball. Spüren wir das und machen das. Ich durchbreche. Endlich. Fuck. Okay. Okay. Wir haben eine zusätzliche Energie. Und er ist tot. Äh, okay. Ja. Wir gucken uns mal den Shop an. Das wär gut. Ich glaub wir nehmen das mit, entflammen und nimm's gelassen. Du müllst mein... ja. Du müllst mein Deck mit Scheiße zu und du buffst dich. Yay. Ohhhh. Eine Nicht-Angriffskarte. Fuck. Trotzdem nehmen wir's gelassen. Hauen die auf die Fresse. Jetzt geben wir uns die Brutalität und hauen die auf die Fresse. Ach, kommt schon. Jetzt geben wir nochmal entflammen. Ähm. Yay. Ich bin begeistert. Ähm. Wir machen das. Was? So. Und jetzt? Stirbst du natürlich nicht. Aber wir sterben. Mal wieder. Okay. Okay. Fuck. Dann machen wir jetzt mal... Ah, ich will das jetzt schaffen. Ähm. Hmmm. Moment is. QUESTION! Ich würde sagen, wir machen das. Da kämpfen wir zwei Gegner. Und haben dann einen Schock. Machen wir das. Ja. Ja. So, bleibt nur zu hoffen, es ist weiterhin, dass es endlich mal besser für uns läuft. Da bin ich doch ein Freund von. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Wir hauen dich. Wir hauen dich. Und machen das. Yay, wir machen weniger Damage. Yay. Schmettern. Macht es. Wieso machst du jetzt so viel Damage? Würdest du bitte damit aufhören? Hallo? Stirb. Stirb. Spack. Ja. Machen wir das. Das haben wir hier. Ich glaube, doppel Schlag ist gut. Gut. Und dann gehen wir weiter. Yay, noch einer von euch. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Oder war das der? Äh. Wir machen das. Und dann sagen wir Fick dich. Er ist ja verletzlich. Machen wir einen Doppelschlag und er ist tot. Yes. Explosiv tragen und ich glaube wir nehmen Eisenwelle mit. Okay. Beten wir. Kommen wir irgendwie noch an einen Shop. Auf dieser Ebene. Nope. Aber... Ich würd gern das Feuer mitnehmen. Um zu schmieden. Ich glaub wir verbessern das am besten. Machen wir den Elite Gegner. Oh, ihr drei. Oh, ihr drei. Oh, wir kriegen fünf Schaden und benommen jede Menge. jay. Eisenwelle. Ich denke, wir werfen den Explosiv dran. und... Und... Da will ich sechs Schaden durchbekommen. Da will ich einen Schaden. Kein Schaden bekommen. Hier Schaden. Ist okay. Ach, ein Schaden. Ja. Ja, das ist okay. Das er unser Deckweiter zumüllt. Nicht. Oh, ich hasse diesen Gegner. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Yay. Fast nur benommen auf der Hand. Wow. Ist das nicht schön. Schlag, den Dropkick und verteidigen einfach, weil... Ach, sollten wir sonst machen. Yay. Wir werden noch benommener. Hier kann Renix sich ausschalten und von dir bekommen wir keinen Schaden. Perfektor. Perfektor. Aha, ist... Wir hätten auch einfach durchhauen können, wenn wir Angrupskarten gezogen hätten. Kein Schaden von dir. Stirb. Stirb. Stirb einfach. Oh, selbst von Natur. Das kann helfen. Hm. 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 Oh, nein. Der Blob. Fuck. Fuck. Yay. Was machst du? Yay. Wir machen weniger Damage. Ja, wieso auch nicht. Hey. Noch weniger Damage. Wieso auch nicht. Hey. Noch weniger Damage. ist immer gut. Denke ich. Hm. Machen wir das. Hauen die auf der Fresse. Hauen die auf der Fresse. Könnt ihr mal... Bitte. Oh, ihr seid so nervig. Yay. Wir kriegen jetzt auch noch eine Wunde. Wir kriegen jetzt auch noch eine Wunde. Ist das nicht schön? Stirb. Ich hasse diese Blobs. Aber ich würde sagen, nehmen wir es gelassen. Holen uns die... Ah. Okay, also wenn wir nur angreifen... dann kriegen wir Blob. Yay. Ihr macht zu viel Schaden. Ihr macht so so viel Schaden. Ihr macht so so viel Schaden. Nehmen wir es gelassen, mein Freund. Wir nehmen es gelassen. Metallisieren. Komm schon. Wir machen das, das und das. Locken den kompletten Schaden von ihm. Was gut ist. Dann, ja. Stirb. Aufrüsten, ja. Fragezeichen. Ich bin ein Priester, interessiert. Heile 20. Wir nehmen es gelassen und killen dich. Fünf Schaden kommen durch. Yay, wir sind gespächt. Uuuuuh. Ich glaube, das war das Beste, was wir hätten machen können. Wir kriegen aber sechs Bock. Äh, Block. Ja, wir kriegen sechs Block. Schön. Ha. Fickt euch. Miese Blobs. Du stirbst. Dann... Rüsten wir auf. Rüsten verteidigen auf. Und machen das auch noch. Denke ich. Stirb. Einfach. Uuuuuh. Limitbrecher. Limitbrecher wäre natürlich auch interessant, aber... ... Wir können keine Angriffe spielen. Kratzen. Warum macht er so viel Damage? Warum macht er so viel Damage? Yay, das Pomerang-Schwert. Wir überspringen das. Yay. Hey, Blobby. Würde mal sagen, wieso nicht? Ach, ja. Fick dich. Ich hasse diesen Blob-Gegner. Wenigstens teilt er sich. Und wer haben die Macht? Oh, das wird schlimm. Das wird schlimm. Er schlagt plus. Und... Zumindest kriegen wir keinen Damage. Doppelschlag. Dann nehmen wir es gelassen. Ihr kriegt Schaden. Wir kriegen keinen Schaden. Machen wieder weniger Schaden. Ah. Yay. Oh, kommen wir aus diesem Punkt, an dem wir weniger Schaden machen. Irgendwann nochmal raus. Das wäre ganz nett. Yay. Noch ne Wunde. Wir nehmen es aber noch gelassen und machen Damage. Ja. Mh, 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 mh. Ja. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Mh, mh. Zielreduzierung. Und was machst du jetzt? Yay. Hä? Fuck. Äh. Erstmal nehmen wir es gelassen. Dann werden wir das machen. Und dann das. Pfff. 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 Ah, wenigstens etwas. O reduce my juice. Gn she. I could not go to Morgan accountable. We all of us. Oooooooh. Nerve xster boss bisher. Nerve xster boss bisher. Ähm. zerspalten kumarang spät hey du 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 der spaltet sich in zwei mit 27 leben und ihr könnt euch wenigstens nicht nochmal spalten trotzdem nehmen wir es gelassen und wieso kumarang spät zerspalten und das noch 26 20 also vielleicht bin du hin du 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 da da Dun 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 Yeeey Nanana Noch mehr Wunden Schlag Schlag Block Yeeey Wir kriegen 6 Schaden Und noch mehr Scheiß Wunden Mach des Ja why not Pfuh Zwei Barrikade MMMMMM MMMMMMMM Ich transformieren einer von euch, einer von euch und ... Und noch eine davon. Okay. Wir wollen so schnell wie möglich zu einem Händler. Und das kriegen wir hier. Und auch ein Feuer zum Verbessern. Hey du. Wir hauen dich blatt. Und zack. Du verbarrikadierst dich weiter. Natürlich. Metallisieren. Wir kriegen mal ein bisschen weniger Schaden. Ich habe das nicht wahr. Fek dich. Schlag, Schlag und das Bumerangschwert und das könnten wir auch nochmal machen. Ich meine, wenn es schon nichts kostet, dann können wir es wenigstens dauerhaft aktivieren. Ha! Fick dich! Ähm... Bodyslam wäre, glaube ich, ganz gut. Ähm... Nein, das wollen wir nicht. Wir werden nochmal eine Korte entfernen und zwar eine Schlagkarte. Und dafür nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das Fragezeichen mit. Ähm... Erhalte einen Trank... Und ich tüme mal... Wir nehmen eine farblose Karte... Ich rieche dich dazu, Und ich rieche dich immer weiter. Ja... Jeee Ja... Ja! 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 Wir machen das. Dann machen wir das. Das. Und weil es nicht kostet, das. Schön. Und jetzt kriegen wir noch eine Energie dazu. Eisenwelle. Yeah. Und wenigstens kommt kein Schaden durch. Wir können das noch machen. Dann werden wir einen von denen tränken. Sagen uns. Yay. Du willst abhauen. Und dann machen wir das. Yes. Wir haben unser Gold zurück. Aufrüstenfluss ist glaube ich ganz gut. Ah. 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 das fragezeichen ist keine regulären monster hier drin mehr ich denke wir schmeißen das weg wir nehmen die truhe mit dann gehen wir in das lagerfeuer schmieden verbessern barrikade und hauen den melidegegner auf die fresse man macht das seinen spaß ja das spiel macht sogar wirklich spaß also ich habe sehr viel spaß beim spiel spielen dann kriegen wir jetzt mehr energie dann machen wir das ich würde sagen gefickt dich okay nehmen wir es gelassen setzen unsere guten instinkte ein und werfen den tank auf dich gut sehen plus aufrüsten barrikade metallisieren und was wir brauchen irgendwie noch mehr block dann blocken wir wir kriegen fünf schaden gar nicht gut ja wir nehmen das erste mal gelassen dann machen wir das dann spielen wir verteidigen dann haben wir dem noch auf die fresse zwei schaden doppelschlag ja das ist doch gut ja ich will eigentlich nochmal bei dem ich hab doch dabei geguckt aha aha um nirgendwo mal hierhin und dann machen wir mal nicht zurückkehren ich glaube das wäre ganz gut will ich noch schmieden nein 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 wir holen uns aus nein nicht der champ erst mal machen wir feuerarten da machen wir das denke ich ganz gut du kriegst stärke ich bin das und das ich habe einen schaden aufrüsten oh komm schon wir haben gute instinkte wir nehmen es gelassen und schlagen noch ein einmal zu j okay jetzt machen wir mal zerschmettern den dropkick nehmen wir mal tiefen atemzug spielen rot sehen auch rüsten juchte hey hat mehr stärke schlag das und das wir werden wieder gedebufft juchte achja wenn es sonst nichts ist mhm body slam wenigstens macht das guten schaden mhm ja ja dann würde ich sagen wir nehmen es gelassen haben gute instinkte und machen das damit wir mehr schaden an ihr machen ja ja eine niederlage ist unmöglich für dich ja 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 äh ähm wir rüsten mal kurz auf halt block block er macht 75 schaden wodurch unsere ganze verteidigung im arsch ist dropkick tun wir nehmen es mal gelassen mhm yay oh komm schon champ ähm ähm geißenbälle dann das dann rüsten wir auf ja mich warten oh nein shit mhm doppelschlag das macht 26 schaden dann werfen wir noch den trank und er stirbt ein woanders ist okay ich würde gerne einen shop haben haben wir hier und dafür ein elite gegner hätten wir auch da hinten und dafür keinen elite gegner ja wir gehen ganz links wir gehen ganz links barrikade zerspalten vergabe ja okay ich komme doch auf mehr als sechs karten wenn ich meine sachen alle spiele schlag ich nehme es noch kurz gelassen ja aber nun mal kommen wir da nicht dran oh nee auf ist ein plus und zu beenden ja auf ist ein plus wir machen das dann das dann das fleisch am knochen dürfte helfen und ja alles in allem stir schnelligkeitstrang ich glaube das überspringen wir mal oh ihr seid fies ihr seid fies ja willst du mein deck ja du willst mein deck mit scheiße zu ähm ähm barrikade ähm barrikade und acht klopp würde ich sagen ne ja müll in unser deck ah mehr dornen für euch naja he unit multiple play er mit Scheiße zu, mein Freund. Tu dir keinen Zwang an. Wie viele? Oh, wir haben gar nicht mal so viele benommen Karten. Das ist okay. Das ist noch okay. Und der ist tot. Das ist auch okay. Machen wir das. Nebensgelassen. Yay. Ähm... Wir machen den Knaufschlag plus. Wir gehen hier lang. Fortsetzen. Fortsetzen. Fuck. Wir nehmen es mal kurz gelassen. Und... Yay. Das war sinnlos. Ich dachte nicht, dass wir so hart an die, äh... Grenze kommen. Gib mir aufrüsten. Ja, 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 ja. Spenden. Ja, ja, ja. Spenden. Spenden. Wir nehmen die Barrikade. Wir nehmen die Barrikade. Dann nehmen wir verteidigen. Ja, 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 ja. Wir nehmen die Barrikade. Wir nehmen die Barrikade. Wir nehmen die Barrikade. Ja, ja, ja. Wir nehmen die Barrikade. Und der müsste, glaub ich, nachwachsen. Heißt, wir müssen die in dieser Runde töten. Dann gehen wir den gonna. Hey. Ja, ja, ja. so erstmal machen wir schaden und dann machen wir noch mehr schaden das könnte sein dass wir zu viele karten natürlich bist du das wir spielen drehen wir regenerieren leben das heißt wir können eine karte verbessern ich glaube wir metallisieren das haben wir hier ja wir entfernen mal kurz eine karte aber welche wir haben entfernen wir dich dann nehmen wir den drang mit ok metallisieren aufrüsten da stirbst du Knopfschlag, machen wir das. So, letztes Dorrangriff für diese Runde. Ja, das Samtheitsband war vielleicht ein Fehler. Ach ja. Mal auf jeden Fall mal das. Mal zerspalten. Okay, wir nehmen es mal kurz gelassen und toben ein bisschen. Und du hast mehr Dornen und du greifst an. Yeah. Mhm, mhm, mhm. Beschlag zerspalten. Beteiligen und tiefer Atemzug. Gute Instinkte. Schön. Mal kurz. Ja. Fuck. Naja, wenigstens heilen wir. Mhm, 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 mhm. Wir werden den ab und nehmen uns den mit. Und... Eisenbällig kann ich Nein sagen. Immer... Ja. Yay. Wird uns wahrscheinlich nichts bringen, aber hey. Oh, ich hab auch schon mitbekommen. Dieser High. Soll... ...ziemlich, ziemlich kacke sein. Metallisieren... ...dass den Damage... ...hörrrrk. Haben wir die, sagen, machen wir die Barrikade. Dann ein bisschen Block auf. Und hoffen, dass wir nicht allzu viel Schaden kriegen. Dann... ...zuerst mal aufrüsten. Dann nehmen wir's gelassen. Dann spielen wir die Eisenwelle. Und zerschreiten. Schön. Mh... Ja, macht jetzt mehr Schaden. Juche. Äh, wir rüsten kurz auf. Eingriff und Eingriff. Er macht 16 Damage. Hm. Warum hat der denn so viel Leben? Zerspalten. Zusammenstoß. Der Dropkick. Knaufschlag. Eingriff. Eingriff. Tomen. Nehmen wir's noch gelassen. Ohhhh. Er bufft sich wieder. Jetzt ist aber langsam mal gut, oder? Tiefen Atemzug nehmen. Tiefen Atemzug nehmen. Ich glaube den werfen wir ab. Dafür den Stecke dran. Und... Das überspielen wir. Häy. 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 Gibt mir mal den Gnaufschlag. Aufrüsten. Eisenwelle. Und beenden den Zug. Yay. Jejee. Und erst mal gute Instinkte. Dann Schmettern. Den Dropkick. Das ist nochmal ein bisschen Damage. Du auch. Und wir enden den Zug. Tiefer Atemzug. Das, das. Ist das nicht schön. Yay. Machen wir das. Wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Block. Donnerschlag, Knaufschlag, Body Slam gehen zu Tode. Um. Nein. Nein. Stimmt, ja. Ich denke wir machen das. Dann gehen wir hier da. Nein. Ah, okay. Och, fickt euch doch. Yeah. Wir machen Atomen. Nehmt's gelassen. Und wir zerspalten. Yay. Wir kriegen 3 Damage. Der blockt. Oh, wir kriegen 16 Damage. Fuck. Und wir spielen Metallisieren. Wir rüsten kurz auf. Fickt euch. Ja, wir behalten wenigstens noch ein bisschen Block. Wenigstens etwas Donnerschlag. Wir rüsten mal kurz auf. Fick dich. Fick dich. Und zack. So, jetzt wird er zu nem Problem, glaube ich. Ja. Weil er stirbt. Weil er stirbt im Mord. Zug. Ähm. Doppelschlag. Doppelschlag. Body Slam und. Yes. Äh. Nein. Obwohl. Doch, das wär ganz gut. Wir schmieden mal kurz. Äh. Seh. Schauen. Yes. Ist das der? Noch nicht verwacht. Äh. Nein. 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 Sieg. Sindwähler auf dich. Den Erweckten. Und einmal auf dich. Dann hreffen wir das auf dich. Wir trinken unsere Tränke. Okay. Ich hätte zuerst meine Tränke trinken sollen ich sie es ein wir nehmen barrikade wir nehmen es mal kurz gelassen machen wir einen doppel schlag und hauen die auf die fresse der ton der selbstformende ton knaufschlag zerstreiten meine wir können schon mal einen ausschalten sollte ja wohl zumindest etwas sein spielen wir erstmal toben holen ins blog ja so jetzt sind seine begleiter weg haben wir mal kurz gute instinkte er macht 40 schaden knaufschlag immer wenn du eine macht spielst durch kämpfen und das und mehr enden es wird lang dauern nehmen wir es mal kurz gelassen ähm okay daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht fuck eisenwelle gute instinkte nochmal 10 block dann fix im oh eu aufrüsten aufrüsten dass ich werde jetzt keine gemacht mehr spielen ich will dem nicht noch mehr stärke geben Das und Fuck Sterben wir jetzt? Ja Shit Shit Ja Das war es soweit mit dieser Folge Haut rein und bis zum nächsten